Wending Machine mit Honig. Imkerei Schröder in Ahrenshoop. Ihr bekommt hier verschiedene Größen an Honig, ob 500 Gramm, ob 100 Gramm, 250 Gramm und so weiter. Verschiedene Honigsorten. Ja, und das Typische hier, ihr könnt hier mit Geldscheinen bezahlen oder mit Münzen. Hier oben habt ihr eure Liste. Wending Machine mit Honig an der Hauptstraße in Ahrenshoop. Ja, und das Typische hier.